Mist, jetzt habe ich keinen Kanal mehr für hinten. Dieser Hurensohn. Okay, gar nicht so übel. Gibt es denn mal ein Gebüsch, wo ich nicht reinhocken kann? Hier war das jetzt immer ein Gebüsch, aber wird es regrationalisiert. Hier habe ich immer gesessen. Wir müssen aufpassen, dass keiner hinter uns kommt. Da rennt was, rechte Seite von mir. Okay. Okay. So, jetzt noch 10. Ein Leckerli. Okay. Irgendwie ist es mal ein Gebüsch erschossen, ihr könnt euch nicht vorstellen wie ich mich freue. Ich muss ganz ehrlich sagen, da gehe ich lieber in die Wasserstation rein bei die Rogues. Das ist langweilig. Bei den Rogues hast du ja wenigstens ein bisschen Action. Ja. Nerven geht es dann. Dort sitzt du einfach nur da und dann wirst du von dem Skeff erschossen. Ja. Oh, ich habe voll hier schon immer noch die Lust. Um hoch zur Wilhelm. Kann ich auch machen. Dann wird man ja mehr Glück. Ja. Also ich laufe jetzt hier über die Baustelle dann. Und wenn es hinter mir geht. Ja. Okay. Obwohl, hier ist auch nicht schlecht. Ich bin ja hinter dem weißen Container. Du kannst ja vielleicht in den weißen vor mir rein. Natürlich. Hören wir. Dann hören wir die Skeffs. Ich habe so trockene Haut, Junge. Ich habe gestern schon eingecremt. Auch die Heizungsluft. Die trockene. Ist gar nicht gut für meinen Tal. Ey, Alter, hör mir doch auf. Mensch, du hörst nicht mal einen Skeff irgendwo rufen. Mensch, du hörst nicht mal einen Berg. Oh, das ist Gaffis. Ich hätte schon so einen Scheiß bekommen, aber wo? Er ist auf Holz rumgestiefelt. Okay. Lange Straße. Wo bist du? Wahrscheinlich. Da ist es. Was? Ach nee, Quatsch. Nee. Overpop. Overpopulation, genau. So. Ich versteck einmal kurz ne Waffe. Was? Du versteckst ne Waffe? Nee, also meine. Okay. Ich glaube, dass ich die noch brauchen werde. Hm. Du kannst ja von dem Skepp hier oben einen nehmen. Nee, ich hab schon eine. Eine R-Pastole. Da bin ich da unten. Okay. Okay. Wo liegt da der halbe Haaren? Achso, brauchst du ja ne Waffe von dem? Nö, nee, nee. Da fällt nur ein Melk, also das wird erstmal reißen. Bin ich, nimmt sie hier die Schrotflinde noch mit? Zur Sicherheit. Ja? Hat der, was hat der denn geladen? Äh, Slug. Slug. Kannst du dir aus der Weste rausnehmen? Ja, kann ich. Du laufst? Ja. Ich will mal kurz einen Blick auf die Straße werfen. Nö. Du siehst nichts. Keine Skepsis, aber... Aufgaben, so sinnlos wie ein Kopf. Was ist das? Oh, Saft. Ich glaube, das ist Saft. Achso, ich wollte gerade sagen, das steht immer hier, ja, auch weil du nicht nehmen kannst. So ein Scheiß. Ich dachte, das ist ein schöner Saftsporn. Immer, für alle Zeit, Saft ausgesorgt. Könnte da jetzt nicht mal da unten einen Scafrum latschen, Menschen skinnen, das gibt's doch nicht. Aber heute schmeckt's mir mit Tauerkopf, muss ich ja mal so sagen. Naja, es ist halt, auch wie ich schon gesagt habe, ich hab ja nur solche Scheiß-Quests jetzt. Also größtenteils. Oder ins Hotel, wofür ich keinen Schlüssel hab, den ich ja kaufen würde, aber ich kann's nicht, weil keiner den Schlüssel verkauft. Ach, kommt mal. Wie heißt der Schlüssel? 306. Oder 206. 306. 306, genau. Nichts, gar nichts hier los, Alter. Ich krieg die Motten, ey, das ist... Komm, hör doch auf, Mann. Solche Idioten. Wie willst du die Scheiß-Quests schaffen, wenn nicht ein Drecks-Scaf da ist, Mann. Da hab ich... Da hab ich echt Lust, Alter, bei sowas. Krieg ich schlechte Laune. Zwei Scafis jetzt hier und der Bude, das war's. Da hinten sitzt der Alter drinnen, der Lichtmeister. Du stehst da vorne draußen? Stehst du draußen schon? Schon? Alter. Er macht mich schon genug fertig hier. Ja, das ist aber, dass ich da schrot finde. Im Discord ist er auch noch. Von einer großen Redeunlust geplagt, wahrscheinlich. Äh. Schon? Schon? Hört sich noch Disconnect an irgendwie, aber er ist noch im Discord. Jetzt stehst du auch wieder günstig hier draußen. Ja, da hieß man das. Oh ja, Sniper sind erstmal nicht da. Das gibt es auch nicht. Sorgenfreies Leben. Wenn es wenigstens Loot gäbe, können wir uns sicher auch freuen, aber hier ist auch schön. Der Hund verreckt, ja. Der Hund verreckt. Ach man, ist das doch doof alles. Keine Aufgaben, die du aktiv beeinflussen kannst. Genau das ist das Wort, was ich suche. Aktiv. Entweder hast du Glück oder nicht. Das kannst du nicht beeinflussen. Entweder spawnen oder die spawnen nicht. Oder du hast da 10 Scaps oder du hast da kein einziger. Mhm. Und sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Das ist wie Würfeln oder sowas, weißt du? Mhm. So, Mensch ärgere dich nicht oder sowas. Was dich nicht beeinflussen kann, geht mir ein bisschen auf den Sack. Die Dokumente hinten aus dem Ding und zum Beispiel, wo wir wieder bei dem Beispiel wären, das ist dein Ding, weißt du? Da kannst du was machen. Ja, da bist du genau dafür verantwortlich. Genau. Raustun, rauszukommen. Da weißt du genau, okay, ich geh dahin, da krieg ich das aber auf jeden Fall auch. Mhm. Aber da ist ja, du gehst ja hin und hoffst, dass da was kommt. Ja. Und es kommt einfach nichts. Diese scheiß... Hier kommt keiner mehr. Die scheiß Straße ist tot. Ach komm, hör doch auf. Mann. Nicht ein scheiß Scaf auf der scheiß Straße. Und ich glaube auch, dass das vorhin ein Spiel noch Scaf war und der da angewackelt kam. Ja. Wenn der nicht gekommen wäre, hätte ich gar keinen. Ja. Wollen wir mal an das andere Ressort. Ich weiß gar nicht, ob das... Das zählt glaube ich auch noch dazu. Ja, das zählt auch noch dazu. Wollen wir mal da rüber rennen. Ja. Ist ja nichts im Aushalten hier, Mann. Ich nehm sogar Zahnpasta mit. Geh hier unten ins Haus. Was? Achso. Hier ist ein Scaf. Was? Wo? Direkt vor mir. Hier. Wenn du hier mal drückst, mal drückst. Direkt wenn du hier durch die Tür gehst, der steht hier. Direkt rechts in der Ecke. Hört dich einfach so an. Ok. Direkt rechts. Ich krieg sie. Hier ist der Hurmsohn. Kommt mein Acer. Ich bin oben. In der Waffenkiste. Ok. Ok. Ein bisschen sinnlosen Luft hier. Ok. 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 flog gesamt seiner Knarre die Treppe runter. Ok. Oh. Oh. Weg mit dem Scheiß. So. der Tote. Na gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und vielleicht ist ja da nochmal einer gesporen. Ohne? Ja. Warte mal. Warte. Warte. Ja. Warte. Warte. Da stopft doch was. Zwei Stück. Warte mal zurück. Danke. Warte mal zurück. Ja. Komm. Ja, geil. Ich drück ihn rein, Junge. Er hat gar keinen Bock. Komm, hör mir doch auf, Junge. Hier muss noch einer sein. Sei vorsichtig. Das ist mal der Krawler. Hast du ihn? Ja, ja. Okay. Jetzt gucke ich mir doch den Fahrzeug mal an, was der hat er. Den Fahrzeug. Aber die Quest ist fertig, Alter. Kennst du? Ja, ich bin draußen. Oh, der hatte eine 4. Gut, war gar nicht so schlecht angezogen. Muss man mal ehrlich sagen. Okay. Also. Habe ich schon schlechter gesehen. Nehme ich mal mit. Hier den ganzen Scheiß. Booms hier. Damit es sich wenigstens halbwegs lohnt. Die alte Rummelnutter. Oh, eine Granate aber sogar noch. Oh, wir müssen uns sputen. Oh, ja. Oh, ja. Kommt schon. Feuer frei. Kommt schon mal. Bist du jetzt schon? Ich bin jetzt genau an dem Bus so gesehen. Ja, an der Baustelle, wo wir gerade in dem Container saßen. Hä, warum? Ich bin fast schon laufen, glaube ich. Alter, lauf zurück durchs Dorf, Junge. Durchs Dorf zurück, schnell. Oh, ja. Packen Gas. Ich glaube, ich werde es eh nicht schaffen. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Oh, nein. Lauf einfach das Dorf gerade durch die Straße. Lauf einfach das Dorf gerade durch die Straße. Ja, warte. Wir müssen mich schreien. Schießt du? Ja. Na, da. Komm einfach mal hoch die Straße. Die Hauptstraße durchs Dorf. Einfach hoch. Vollgas. Einfach an den Häusern vorbei. Zwischen den Häusern vorbei. Kann man gar nicht falsch machen. Ich sehe dich noch nicht, Junge. Nee. Ich höre dich. Ja. Springst du da am Zaun? Ich springe gerade. Na komm einfach auf die Straße los. Keine Experimente damit. Ja, ich muss los. Ja. Am besten das nächste Mal Bescheid sagen, wenn du mich nicht mehr siehst. Wir gehen hier noch drauf. Ich sehe es. Ich habe jetzt keine Ausdauer mehr. Wir verrecken hier noch. Wir sind hier jetzt wegen deinen Experimenten. Weil du zu spät sagst, wo du bist, Alter. Das ist nicht gut. Ihr habt alle einen Mund zum Reden, Leute. Das ist auch nicht verkehrt. Also nicht schlimm, wenn man nicht weiß, wo du gemetzt, wenn man sie verlaufen hat. Aber redet doch mal mit mir. Komm. Gut. Müsstest du es dann noch geschafft haben, oder? Ja. Gut. Danke. Das war knapp. Uiuiuiui. Das war knapp. Uiuiuiui. 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 Bis zum letzten Tropfen ausgenutzt. Aber deine Kräste hast du jetzt auf jeden Fall gefällt.